Servus, nachdem ich 3945 ein bisschen zu gefailt habe, habe ich leider auch in der Community Funktionen geteilt. Da ist mir leider der Autoklicker etwas zuvor gekommen, würde ich mal sagen. Deswegen jetzt 3946 und im Anschluss 3947, wenn ich es gleich schaffe. Hier haben wir das Team, die Helden mit den Artefakten und ab geht's. Bäm, einfach niedergemäht. Wahnsinn. Dürfte glaube ich gar nicht drin sein. So viele Versuche waren es nicht. Ne. So, und da haben wir auch schon 3947. Ich glaube, das waren jetzt so fünf Versuche ungefähr. Hier haben wir das Team, die der zugehörigen Artefakte. Ja, typisch Mihirakomp mit Sorat, Rosalie, Khazad und Hovan. Ab geht's. Bisschen schade, dass Hovan zu Anfang gleich gestorben ist, aber naja, was soll's. So, jetzt haben wir wieder einen großen Fight. Ne, wird auch nicht zugemacht. So, dann sehen wir uns bei 3948. Bis dahin, halte die Ohren steif. Ciao, ciao.